Das ist jetzt Wettkampf, ne? Okay. Hab ich? Nice. Wie findet ihr eigentlich mein Wagen? Ich hab den noch gar nicht wirklich gesehen. Ich müsste mich mal besuchen von mir hinten am Tor. Ey, komm. Oh, jetzt bist du wieder weg. Los. Jetzt sehe ich deinen Wagen. Warte kurz. Ah. Was hast denn du da als Antenne? Ein Ball. Ach, den Portal-Ball. Ja. Und die Eisenbahn, die er um den Hut fährt. Ich hab das frisch gesehen. Was machen die da? Ich glaub nicht, ich bin die schießende Tor. Ah, Mist. War denn das? Eben mal getroffen und dann trifft er auch noch genau in die richtige Richtung. Da muss er. Da muss er. Nicht sterben. was? Ja, ja. War ja aber gleich. Was? Was? Ja, ich hab's nicht die Scheiße verschluckt. in den vergangenen jetzt aber jeweiligen verschluckt ab Max ich bin das kann die Störung in der Luft Kann das gut enden? Kann das gut enden? Die 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 Der hat doch den ersten Hacker Nicht der Gegner Ja Der hat doch den ersten Hacker NICHT Oh, der war in der richtigen Richtung, da war noch einer dazwischen. Wie fandest du das? Freies Tor! Freies Tor! Freies Tor! Freies Tor! Nein! Das klingt das auch nicht, wenn du das immer sagst. Ach, verfehlt! Mist! Ich glaube, ich bin noch voll auf die Bremse getreten, dass ich dich nicht berühre. Aber ich glaube, ein bisschen habe ich... Oder so! Rein! Rein! Jetzt! Ich habe abgewartet, was macht der, oder nicht? Ich habe Gott sei Dank noch Boost. Warum sollte jemand irgendwie schrauben? Ja, genau! Meiner, 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 bitte meiner, bitte meiner! Max, deiner! Das zu dem Thema. Ja, rein das Ding! Siehste? Hervorragend! Also müssen wir es immer machen! Einer geht nur in Angriff. Die anderen zwei warten hinten und stauben ab. Guck mal! Knusper, knusper! Knäuschen! Da, da bleibt den! Meins! Meins! Okay, da bleiben wir wieder hinten! Meins! Der Knusper da an meinem Häuschen. Max, du aus dem Haus? Ja, René knuspert da. Guck mal, ist das mal echt zu laut? Nö, das ist... Es ist sogar perfekt, wie du knusperst. Ja, rein das Ding! Meins! Läuft! Was? Oh, was? Komm schon! Komm schon! Pff, knapp. Er hat keinen Boost mehr, auch Mist. Max, Max, komm an, komm an, komm an! Oh! Katsching! Haha! Da muss man mal Glück haben, oder? Alles klar! Max, halt's drauf! Ich hab mal die neue Flugtechnik angewandt, Max. Das ist so langsam, Wurzeln! Ja, man braucht ja so ein paar mehr Runden, dann geht das auch. Meins! Meins! Okay. Wenn man erst so ein bisschen drin ist, dann... Jetzt ist es deins. Jetzt ist es Max. Und er geht rein. Okay. Götchen! Ey, es läuft so, oder? Müsste man nur extra vier Punkte bekommen, weil man ne... Tordifferenz von fünf hat. Ich mit Vorlage? Das könnte alle meine 20 Punkte sein. Tor! Alles klar. Und du auch noch, Max! Einfach die ganze Zeit G-G-G-G-G-G-G-G Da waren alle Bede dran. Du warst wahrscheinlich der Letzte. Siehste? Meins! Bitte meins! Okay. Was ist das? Du warst doch gar nicht da. Ich habe keine falsche Lasse gedrückt. Das geht doch so rein. Das geht doch sogar echt. Was ist denn heute los? Oder jetzt? Das ist verloren. Was hat noch keiner aufgegeben, oder? Von denen? Nee, alle sind da. Jetzt darfst du. Meins! Jetzt ist es teins. Daneben. Nochmal abgewehrt. Es war solches Flack, dass der so hochgesprungen ist. Und? Ah, der ist ein bisschen weit links. Jawoll! Eine Sekunde vor Schluss. Ich hab sogar einen Hattrick, Mensch. Da müssten wir jetzt sofort ein Tor schießen. Also, ich hab jetzt drei Tore geschossen in der Runde. Stand grad Hattrick. Ihr auch, oder? Ja, ja. Ich bin wieder meine Liga rauf. Ich auch. Ich hab keine. Ja, es reicht noch nicht für die 20. Also, schau dir mal einfach mein Vierbild an. Wieso bist du denn noch kein, äh, keine Liga? Was ist denn da los? Da hat man noch nicht viele Wettkämpfe gespielt. Wie viele Wettkämpfe brauchst du noch? Acht. Du hast erst zwei. Ja. Oh Gott, ja, haben wir heute mal ein Tuch. Ja, aber ich muss eh gleich weg. Warum? Mein Wagen ist pink. War eine schlechte Entscheidung, wenn sie nicht so gefeiert haben. Obwohl, passt zum Beispiel. Wenn das schon so anfängt, ne? Dann kann das nur gut werden. Wow, wow. Wow. Dean, please. Was? Max! Woo! Ja, Max, äh, wie lange zockst du diese Spätschauten? Sagen wir, ich bin kurz vor Level 30. Weil ich bin kurz vor Level 26. Max hat sehr viel Freizeit. Ja, aber jetzt ja nicht mehr, jetzt ist ein schönes Ratter. Jetzt auch um die Rolle. Na, nein, nein, nein. Also Sven, das war eine gute Rolle, die wir gerade jetzt zusammen gemacht haben. Ging doch gut. Nee, weil ich ihn auf deine Motorhaube gespielt habe. Stimmt. Ist abgeplant. Alter, sind die Diamanten? Ja, ja, oder? Was für Diamanten? Was für alle Diamanten? Ich hab jetzt mindestens schon 7, 8. Ich dachte, du redest von Diablo. Da kann dir denn hier auch ein Weg finden. Ich muss sie mal fragen, wie ich mich sagen. Ich muss sie mal fragen, wie ich mich sagen. Er kragt dabei Diablo geht. Den kann man schon mal machen. Boah. Also der war jetzt wirklich perfekt, Max. Was ist das? Max, spielst du auch die Ablo? Ja. Du, es war auf. Ja. Dabei darfst du sie sogar kaufen. Wer war denn das? Wo war das? War das bei der? Ja. Jetzt kommen wir. Boah. Scheiß Pfosten. Alter, hier ist so viel Reisen. Jetzt möchten wir noch jemanden auf Instagram folgen. Also das wird jetzt so langsam zuführen. Max, hast du auch Instagram? Das ist, wenn du was so hübsst. Hey, was hätte ich jetzt nicht sagen sollen? Ich hab's doch. Also, das ist der vierte YouTuber, dem ihr folgen möchte. Ja, mindestens schon 10. Meine Freunde, da kann man ruhig mal einen Torschuss raushauen. Auf dem Freien. Iron. Hab ich? Loser. Loser, loser, loser. Loser. Max, wir könnten ja mal die Pottel entspielen. Die ich ja gewusst habe. Ach, hast du das fertig gemacht? Ja. Ja. Hab ich dir doch geschrieben? Das ist meiner, das ist meiner, das ist meiner, das ist meiner, bitte, bitte, das ist meiner. Hab ich dir doch so geschrieben? Echt? Ist das schon ein bisschen mehr? Ja. Ja, ich bin vergesslich. Ja, mach. Okay, wir gehen. Tschau. 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 Buddy disconnected from your channel. Okay? User joined your channel. ja luke skywalker jetzt da war mal nein das ist meine Perfekte Vorlage. Hey, gleich, siehst du, was Lelanders durchs Bild fahren? Oder was pink ist? Nein, ein Look. Siehst du? Das ist ein Knitter. Der Kitter, Kitter, hier und da. Und der Look eben nicht. Au, Internet, Internet. Alles klar, 8 Minuten. Wetter und dort, jetzt schüttel ich den Download. Fuck, sorry, sorry, sorry. Zwei Minuten zerfing. Jetzt ist er wieder weg. Oh, der war doch noch reingegangen, oder? Denke ich mal. Liga 4. Also, dann wünsche ich euch so einen schönen restlichen Abend. Ebenseits. Und, ähm, bis zum Morgen, also. Ciao, ciao. User disconnected from your channel. Dann reicht es auch wieder mit, mit Dings. Ja. Mit Locked Kick. Ist aufregend gewesen, aber wir haben heute den größten Teil gewonnen. Ist doch schon mal gut. Ja, das sind auch echt gute Games gemacht. Also, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich finde, ich bin Manuel. им. Vielen Dank.